Oh Gott, was entdecke ich hier denn? Nach unten? Nach da? Okay. Hä? War das jetzt schon der richtige Weg? Hä? Ich weiß es nicht, Leute. Hä? Ich gehe mal wieder zurück. Haha. Ich habe keinen Bock. Ich... Hä? Äh? Ein leerer Raum! Sowas verstehe ich immer nicht. Okay, weg hier. Äh. Und? Assassin, Kardinal und Seraphim. Ähm. Asuka einmal. Ich weiß, ich heile den Seraphim dadurch, aber der Rest wird dadurch sterben. Jopp. Der Rest ist jetzt weg und jetzt ist nur noch der Seraphim da und das ist okay so. Bounce. B-b-bounce. B-bounce. Oh, voll rübergesprungen. Hä? 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 Voll getroffen, Kacke. Voll nochmal voll. Aber mit so wenig Schaden. Und Chester. Ich werde Chester besiegt Daraus. Ich kann jetzt schon, weiß ich nicht, das wenige Geld, was ich noch habe, darauf verwetten. Chester besiegt Daraus. Oh! Bohnenkraut, Stundenglas, Elixier, Lavendel, Magiebeutel. Magiebeutel? Was ist ein Magiebeutel? Ein kleiner Beutel, der Items trägt, wenn du unterwegs bist. Was ist denn nun los? Hä? Hä? Ausrüsten. Äh, Chester. Kampfrunde weg. Magiebeutel. Klingt zu genial. Das heißt, der sammelt jetzt Sachen für mich auf, oder wie? Heißt es das? Das wäre ja immer so krank. Das wäre ja immer so geil. Äh, ach ja, ich kam ja von unten. Geht's hier irgendwie nach links noch? Nee. Geht's hier irgendwie nach unten? Nee. Okay, hier nach unten? Nee. Geht's hier nach unten? Nee. Geht's hier oben nach links oder rechts? Nö. Ja. Magiebeutel? Kranke Kacke, sag ich mal. Also freundlich ausgedrückt. Kranke Kacke! Total kranke Kacke! Was ist denn Magiebeutel? Hä? Ich hab doch auf den anderen gezaubert. Ich war mir sicher, dass ich auf den anderen gezaubert hab. Auf ihn hier. Eigenartig. Na ja, jetzt werden eh beide getroffen. Ha, ha, ha. Ja, ha, ha. Vögel des Todes über euch gezaubert. Yeah. Und mit Chester mal wieder. Mit seinem Bogen. Der rockt. Ähm. So, okay. Und, na, er hätte schon tot sein können. Ein bisschen. Aber den Rest geben wir ihm auch so. Mit Chester und mir. Ja, sag ich doch. Chester Level Up. Chester wird immer stärker. Chester wird immer göttlicher. Chester ist Chester. Chester ist der Beste. Okay, nein. Also hier lang, hier lang. Und jetzt gehen wir mal den regulären Weg. Pff. Pff. Äh. Ich hab... Oh. Okay. Okay. Was ist nun? Okay. Was ist nun? Hä? Was ist jetzt? Wo bin ich? Oh mein Gott, Leute. Was ist jetzt richtig gewesen? Was ist falsch gewesen? Ist durch den Spiegel gehen richtig? Ist nach da lang gehen? Ich weiß es einfach nicht. Ich hab null Ahnung. Umdrehen und schnell... Oh, schade. Ah, nur Klaas wird eigentlich getroffen. Aber eigentlich werden alle getroffen. Cool. So ein Kack. Äh, äh, äh. Oh, Entschuldigung. Moment. So. Ja. Meine Stimme ist wieder... Ähm, da. Äh, äh, äh. Äh, okay. Waren wir einfach... Aha, abgewehrt. Ah, deine Über-Magie-Attacke. Voll abgewehrt. Äh, gut. Oh, ich spiele das Spiel jetzt einfach durch. Auf... Komme, was wolle. Es wird jetzt durchgespielt. Äh? Oh Gott. Ich meine... Äh? Was zum... Was? Äh? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, gut, okay. Oh nein. Ich meine, oh nein. Da. Garne, 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 garne. Gut, Nummer 1 ist tot. Jetzt noch Asuka. Und den Rest jetzt ist quasi One-Hit. Ja, genau so. Aber... Yeah. Alle tot. Sage ja. Chester hat die alle gerade getötet. Chester, du bist... Mein Schatz. Ja, Chester. Ja, ja... Ja, hat nur die Hand so. Deine Familie ist zwar gewachsen, aber ich hab sie trotzdem alle umgebracht. Äh, ja, ja, ja. Äh, ich speichere einfach mal. Hä? Hä? Wo zum Geier bin ich? Hä? Okay. Heilige Flasche. Hä? Was? Ist... hier kaputt? Okay. In Ord... Pfff. Hm, 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 hm. Oh, ein Auge. Äh. Gut, die Gegner haben auch keinen Bock mehr, glaub ich. Ist so langsam, äh. Hört mal. Ey, wir alle sterben, wenn wir da hingehen. Ich meine, ähm, das wär jetzt das Glückste, wenn wir gar nicht mehr hingehen. Oder wir teilen uns so oft, dass es ihm nicht mehr auffällt, dass wir überhaupt noch Gegner sind. Ja, ja, ja. Das wär wohl das Beste. So. Weil ich mein, alleine hat das Auge ja nun echt keine Chance. Aber... Ich lass das Auge Auge sein und kümmere mich nicht weiter da drum. Okay, jetzt hier lang. Jetzt den zweiten Eingang. So. Jetzt nach oben und weiter nach oben. Okay. Okay. Gut, hier gibt's anscheinend wirklich nix mehr. Ich kam mit dem Spiegel wieder zurück und der andere Weg war richtig. Yeah. Äh. Okay, Asuka. Ach, Chester, du bist, du bist mein Schatz. Ach. Chester. Ja. Ja, ja, ja. Ah. Asuka. Klaas, du bist auch... Oh Gott. Klaas, was hast du gemacht? Hahaha. Ich meinte Origin. Ich meinte Origin. Wirklich irgendwie. Kacke. Ah. Ja, gut, 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 gut. Alles hat wieder einen Sinn. Ja. Okay, Asuka heilt Gorgonen. Ist vielleicht unnützes Wissen, aber es heilt sie. Sehr schön. Gut. Weg. Sehr schön. Ich treffe jetzt noch immer. Ne, fast. Yeah. So was ist natürlich... Und am besten im Maul. Ne. Gut. Darf ich mal jetzt ab... Ähm. Der Held. Yeah. Ja gut, so langsam der Held mausert sich. Alle mausern sich jetzt gegen Ende. Außer Archie, die rubbelt sich an ihrem Besen weiterhin glücklich. Darf sie ja auch. Ist ja nur ein Besen. Ich meine, ist ja auch nur Archie. Was soll man sonst machen? Klein, 16 Jahre alt, Sexualität, gerade vor ein. Man hat sich in Chester verknallt. Also bitte. So, jetzt hier lang. Ah. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kämpfe... Pfui. Wie viele Kämpfe es ansonsten hier gäbe, ohne... Scheiße. Wie wäre es denn eigentlich, wenn ich erstmal den Komodo kaputt mache und dann zauber? Wäre ja auch mal eine Idee, oder? Ja. Vor allem, wenn der Held so einen Bums macht. Total geil. Alter. Jetzt aber. Bounce, 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 bounce. Ihr kommt doch einfach mal hier rüber. Oh. Die Gegner nerven ja überhaupt nicht. Das ist ja der Wahnsinn, wie die überhaupt... Oh. Hallo. Ey. Gut. Klar ist jetzt aber. Vielleicht. Ja. Oder auch nicht, weil der Gegner... Was? Ist denn jetzt kaputt? Hallo, Komodo? Ey. Jetzt heilen die den auch noch. Komm hin. Ja. Wo? Hallo? Oh. Leck mich. Das. Gut. Er ist tot. Danke. Jetzt ist es zu spät. Gut. Komm. Jetzt. Hier. Klaas Aska. Jetzt. Ihr seid. Geschichte. Oh, danke. Hat ja auch nicht lang gedauert. Nee, nee, nee. Ah. Gut. So mache ich den Kampf dann doch nicht mehr. Weil so war der scheiße. Ähm. Ja. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Gegner ansonsten kämen ohne diesen Orb, den ich habe. Ich glaube, Massen. Unendliche Massen. Und was ist das? Hä? Gut. 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 Und es kommt... Ah. Jetzt haben wir mal wieder zwei Augen. Äh. Warum eigentlich so? Jetzt habe ich auf den zweiten gemacht. Jetzt ist es eindeutig, dass ich auf den zweiten gemacht habe. Jeder hat es gesehen. Jetzt kann man auch nicht unterscheiden. Jetzt ist es unfair. Das ist nicht nett von euch. Ich hätte jetzt gerne wieder gezeigt, dass das Spiel mich betrogen hat und belogen und mich total nicht mag und eigentlich will, dass ich Megaman 4 spiele. Wie alle wollen, dass ich Megaman 4 spiele. Und ich werde es auch tun. Ja. Weil das Gefühl... Hups, das ist er. Das Gefühl ist einfach ein ganz anderes. Also ich merke ja, wenn ich dieses Spiel hier spiele, ist meine Stimmung anders. Ich rede anders. Und sobald ich Megaman 4 spiele... Ähm. Ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es wird... Äh. Ja. Es wird nicht schön. Doch es... Äh. Äh. Durch die Tür kann ich jetzt nicht mehr durch. Okay. Dann gehen wir hier lang. Äh. Und jetzt hier lang. Äh. 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 Oh. Okay. Elfenstiefel. Äh. Hab ich schon. Ist cool. Danke. Äh. Äh. Noch ein Spiegel? Will ich aber vielleicht nicht. Äh. Äh. Hier hat nur Origin geholfen. Und Mint's Walküre. Wir warten kurz. Walkley! Genau. Danke. Jetzt mach ich Origin auch noch rumpf. Und der Rest ist eine Frage des Geschicks. So. 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 Chester kommt nämlich ein Stück weit ran. So nämlich. Ähm. So. Jetzt. Genau. So. Perfekt. Chester. Genau. Bester Chester. Chester? Naja. Das war jetzt ich. Äh. Endlich mal war ich. Äh. Endlich mal. Ich allein. Äh. 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 Gut. Den Spiegel benutzen wir noch nicht. Wir gehen erstmal wieder hier hoch. Wo wir schon waren. Und gehen jetzt wieder runter. Äh. Und dann. Und dann. Dann gehen wir hier hoch. Und entdecken eine alte Oma im Schaukelstuhl. Und einen Schalter. Ja. Boom. Ich hab die Welt kaputt gemacht. Was war das? Hier nicht. Hier nicht. Da nicht. Okay. Hä? Wofür war das? Es hat irgendwo. Kardongel. Kardongel gemacht. Gut. Es hat nicht Kardongel. Kardongel gemacht. Weil dann wär's kacke. Aber es hat. Gemacht. Magri. Fail. Du bist schon ein Fehler. Mann. Du Fehler. Arsch. Und warum mach ich den kack. Wenn's besseren Kack gibt. Und warum hat er jetzt aber bei ihm mehr Schaden gemacht als bei dem anderen? Heißt das vielleicht, es kommt auf den Zustand des Gegners drauf an. Wie er gerade dasteht. Was er gerade macht. Das könnte natürlich auch sein. Ja. Oder? Also es würde zumindest logisch klingen ein bisschen. Ein bisschen. Also in dem Rahmen, was ich noch logisch nennen kann. Manchmal. Weil so viel Logik ist oft bei mir auch nicht vorhanden. Gut. Fanglevel ab und Wunderbonbon. Hier weiter. Und? Gibt's hier was? Nee. Wir gucken hier rein. Gibt's hier was? Nö. Hm. Hm. Der Spiegel ist weg. Ah. Freude schöner Götterfunken. Wir haben den Spiegel kaputt gemacht. Hat. Ja.